Ich habe mir einen schönen Film gekauft zum Geburtstag und zwar Bin ich schön von Doris Döhrig. Der Film ist schon 20 Jahre alt und da geht es um ein paar Leute, die nach Barcelona kommen und Nordspanien. Aber es sind ganz verschiedene Leute, die nichts miteinander zu tun haben. Und der Film hat auch schöne Musik, schöne spanische Musik und auch tiefsinnige Gedanken. Und deswegen würde ich euch das gerne empfehlen. Bin ich schön von Doris Döhrig.